So meine Damen und Herren, es geht wieder hier los. 1,2,3 Klassiker Garage hier. Wir bauen hier gerade momentan ein 1,6er auf ein 1,9er Turbodiesel um. Wir nehmen hier die Anbauteile vom 1,6er und bauen den an den 1,9er dran. Herr Kaufmann ist wieder Fleisch am Arbeiten, zeigen Sie mir die Hände. So ist das. Und nichts kommt nichts. Hier ist der alte Block. Wir übernehmen die alte Ölwanne vom 1,6er und machen den auf ein 1,9er drauf. Und alle anderen Anbauteile vom 1,6er. So, die Ansaugbrücke wird auch davon übernommen und so weiter und so fort. Herr Kaufmann macht schon auch alle Dichtungen neu. Und dann wird hier das Schätzchen zum Leben gebracht. Sie kennen ja unsere Arbeit. High End ist High End.